Morgen zusammen. Was macht ein Ruri auf Zeche, wenn er nicht arbeiten muss? Richtig, Frühstücke. Und zwar in der Mine. Wir gehen jetzt brunchen in The Mine. Neu eröffnet, wir testen für euch. Ja, moin nochmal. Wir testen also The Mine für euch. Neu auf Zollverein, neue Gastronomie, neue Location. Und zwar verspricht es hier Food, Drinks, Music und Events. Also das was wir zuerst gesehen haben, ist eine große rustikale Halle. Breit und absolut im Industrial Style. Also der erste Rundgang ist schon mal gemacht und dann geht es gleich ans Eingemachte. Und dann geht es schon mal. Und dann geht es schon mal. Und dann geht es schon mal. Untertitelung. BR 2018 Tag zusammen, Glück auf auf euer Schalömmchen und Moin. Fotanander hat für euch getestet. Zemein, die neue Event-Location auf Zollverein. Eine neue Gastronomie im ehemaligen südlichen Zollermaschinenhaus mitten im Herzen Zollvereins. Hohe Decken, Stahlträger, Industriekulisse pur, mit Blick auf die Rolltreppe. Die passende Location für Hochzeiten, Geburtstage, Firmen-Events, Tagungen und auch Konzerte. Seid gespannt, wenn ihr neugierig seid, geht hin, testet es aus. Absolut original. Bis dahin, bleibt neugierig, euer Schwulmin. Bis dahin, bleibt neugierig.